malzeit freunde wir kommen zurück bei sevens creed mirage so wir könnten jetzt hier natürlich diesen brief annehmen aber habe ich jetzt keine lust drauf ich möchte hier mal wieder einen auftrag machen nach möglichkeiten auftrag der sich für mich lohnt krieg ich ein schwert das sehr cool das ist ja cool und zwei fertigkeitspunkte ich bin eigentlich für den hier weil ich da fertigkeitspunkt kriege aber eine montur wäre auch ganz nice und gewinne das nennen das klingt auch lustig wir nehmen wir mal an und markierten münzen ja den möchte ich verfolgen so und den brief nehmen wir danach an oder so und kümmern uns zum weiteren den orden aber ich will mal nach und nach so ein paar aufträge mit zwischenschieben bevor wir zum schluss alle aufträge am stück abholen müssen jetzt irgendwie auch doof so müssen wir hinkommen da haben wir was dabei was glauben können oder du das ist eigentlich das ist denn das für ein komisches symbol legende das ist rätselhafte scherbe genau da wo ich hin muss jetzt sagen die wollen wir direkt mit ein doch sie liegt unerwartet schwer in der hand was kann das sein also sammeln wir einfach weiter sterben und gucken was die bringen so trifft sich mit dem kontakt man also ich hab's ja gesehen aber warum sagt mein vogel hier nicht gleich so hey das ist er sondern so ja auch wo da und ich sehe da nur ein aber ein seltsamer treffpunkt hast du die markierten münzen sie warten am damas zehner tor auf dich was soll das ein trick sein kein trick ein rennen ich glaube ich bin schnell genug um jemanden deines rufs zu überholen wir sehen uns am tor ich sollte die münzen am damas zehner tor holen bevor es ein anderer tut so weit so gut quasi bloß eine abfrage der parkour fähigkeiten glaube ich die münzen ich habe die münzen jetzt muss ich mich sputen und sie auslesen ich habe die münzen jetzt muss ich mich sputen und sie auslesen wir liefern wir liefern sie aus und zwar dort da können wir doch direkt mal durch schmiecken oh es ist ein oh es ist ein sperrgebiet upsala huch 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 das habe ich nicht schon vollgemangen ich würde sagen die wissen doch die große hier die greifen wir jetzt direkt an ich müsste mal kurz verschwinden ich habe es auch nicht gesehen, cool ich habe auch noch so eine scherbe, die wollte ich jetzt immer mal mitnehmen also die randreiten mitkommen ja, ah cool ja gut, hau das wäre nochmal mehr, hey das ist ja immer so viel sieht, das ist immer schön das wäre nochmal mehr das wäre nochmal mehr im Schutz hier quasi da drüben, auf der anderen Seite das jetzt verschwürzt nö wir können den Toten, ja aber ja das ist ja auch dein beworben auch ja du und Karriere Zauber, gar kein Problem so das wollte ich haben dann wollte ich dann wollte ich was ist die ö 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 ach man warum war das auch ein sperrgebiet was soll denn das ich muss die rücken ausliefern vielleicht kriege ich das parallel schnell hin ich glaube ich hier immer schnell zack sie haben sie mich das ist okay eigentlich sollten sie sich aufhören zu suchen kann ich nämlich jetzt ja kann ich schnell die münchen abgeben und dann mit der schnell reise mal ganz schnell wiesenflink von hier verschwinden ich schätze deine hilfe aber du bist spät dran bitte beeil dich nächstes mal ein wenig ja ich hatte so ein kleines füßen weil ich da hin ja wahrscheinlich schon aber nach möglichkeit ohne zeitstücke zu werden das sieht gut aus so freunde das war's für dieses mal das war der auftrag markierten münzen und in diesem sinne macht's gut bis zum nächsten mal